Cygnus, ihr kommt aus Nauen und ihr seid eigentlich hier heimisch auf dem Rock for Roots. Rico, du machst ja öfter hier Security. Wie lange bist du schon da? Hier in Nauen oder wo? Ja, an sich überhaupt für Rock for Roots? Für Rock for Roots? Ich hab's erfunden. Du hast erfunden? Ich bin der Erfinder des Rock for Roots. Es ist kein Spaß. Es ist keine Lüge. Und zwar als Benefizveranstaltung für das historische Laufgarnahal, das in diesem Jahr mit dem Bearbeiten beginnt. Wohl bemerkt. Ansonsten Cygnus, ich war 17, ihr brauchte das Geld. 20 Jahre her, jetzt Jubiläum 2014. 1993, erste Demo durch. Oder, Leute? 92, 93, irgendwie so. Seid ihr jetzt noch Urbesetzung und wie hat sich das wieder zusammengefunden? Ihr wart ja glaube ich ewig lange vom Bildschirm weg, soweit ich weiß. Und habt, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor ein Jahr habt ihr irgendwie wieder angefangen? Ja, wir haben letztes Jahr angefangen und von der Urbesetzung ist noch genau Rico übrig. Wir sind nämlich alle viel zu jung, um in der Urbesetzung aufzutreten. Die Sache war einfach die, dass wir Bock hatten, die Sache wieder ins Leben zurückzurufen, weil wir danach gefragt wurden. Und die Bandmitglieder entweder verschollen oder tot oder sonst wo waren, die ursprünglichen Bandmitglieder. Und deswegen haben wir halt kurzerhand die Sache halt so ins Leben zurückberufen. Also wir sind eigentlich alle Cygnus-Fans seit der ersten Stunde. Oder zumindest so lange wir die Scheiben kennen. Ja, und darum machen wir den Job jetzt. Was wollt ihr heute Abend noch sehen? Was möchtet ihr unbedingt sehen? Was macht ihr heute Abend noch? Ui, ja, schöne Cola trinken. Nee, auch nicht. Gute Bands sehen, hoffentlich. Also wir kennen heute keine Band. Und ja, lass mich überraschen. Ja, ich würde mir noch auf jeden Fall Croachan angucken, weil ich da die erste Scheibe auch sehr toll fand oder finde. Ansonsten eventuell noch der Weg einer Freiheit. Aber ich weiß nicht, ob ich heute so lange hier bleibe. Also mal kicken. Also ich gucke mir natürlich die Bands an. Ich kenne jetzt aber auch die wenigsten, muss ich sagen. Ich glaube, der einzige, der aus Nauen noch kommt, nicht mal mehr, ist glaube ich höchstens Rico. Aber wir anderen sind aus Potsdam. Um das mal richtig zu stellen. Also grundsätzlich ist es so, dass ursprünglich drei Leute in dieser Besetzung aus Nauen kommen und nur eine aus Potsdam und zwei von diesen Naunern nach Potsdam gezogen sind. So, um das mal klar zu stellen. Und ja, Croachan. Rico, du bist ja dann noch auf dem Zeltplatz und du machst da was? Ja, ich bin hier mit Sicherheitsfragen betraut. Hier herrschen Sucht und Ordnung, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar machen wir die Security vom Zeltplatz und Außenanlagen, um zu verhindern, dass Straftaten vorfallen. Was kann man von euch jetzt noch die nächsten Jahre erwarten? Also ihr wart ja jetzt auch irgendwie vor zwei Jahren auf dem Protzen oder auch letztes Jahr auf dem Protzen. Habt ihr jetzt noch große Pläne für die Zukunft oder wie sieht es da bei euch aus? Ja, wir haben große Pläne für die Zukunft und zwar werden wir am 2. Oktober im Blackland auf dem Blackland Festival spielen und dort den Support für die mächtigen Master machen. Ende. Da hört's auf. Jetzt weiß ich von Rico, dass du auch so schaukampfmäßig dabei bist, auch den Simonenbund unterstützt und halt Gannerheim, wofür er das Rock for Roots die Spenden sammelt. Möchtest du dazu noch was sagen, was unbedingt wichtig wäre? Nö, eigentlich nicht. Also in dem Zusammenhang spielt ihr keine Rolle weiter. Das ist hier Musik und Musik ist Musik. Wie halt mein Opa mal sagt, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Ja. Und ansonsten, nö, ich finde das einfach cool, die Sache hier zu machen und ja, wie gesagt, Gannerheim immer Support vor das Programm macht weiter. Und Geld spenden. Schade, ich hab keine Konto nochmal im Kopf. Verdammt. Ja, und zukünftig wird's vermutlich so laufen, dass vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr werden wir spontan irgendwo auftreten und dann wieder wegsehen und dann vielleicht wieder 20 Jahre weg, dann wieder da, wieder weg, wieder da. Ja, wie sei mal ein Rusti? Ja. Ja, habt ihr jetzt noch irgendwas für die Fans, für Rock for Roots, was unbedingt wichtig wäre, was man loswerden muss? Dass wir Spaß haben sollen und viel Bier trinken ist natürlich wichtig. Ähm, ansonsten, Spaß. Das ist das Allerwichtigste. Immer massive Fun. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, tschüss.